So, wir freuen uns, dass der Christian heute auf die Rente kommt. Ja, ich stehe heute wieder hier und berichte mal von was, was ich in der letzten Zeit relativ dolle gemerkt habe. Und mir ist tatsächlich das Phänomen untergekommen, dass ich manchmal so in meiner eigenen Welt bin, in so einer eigenen Bubble drin und da lebt man und lebt sich drin ein und macht es sich schön, in Anführungszeichen. Und ja, deine Welt ist dann so ganz cool, da ist alles möglich, du kannst es dir, wie gesagt, da drin gemütlich machen, die ist halt dir angepasst. Da sind im Prinzip, kann man sich das vorstellen wie so ein Zimmer, wo du alles reinstellen kannst, was du cool findest und keine Ahnung, das sieht bei jedem anders aus. Und ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, in dieser Welt, in diesem Zimmer, in dieser Bubble, nenn es wie ihr wollt, habe ich irgendwie angefangen zu merken, mir fehlt irgendwas. Irgendwas anscheinend Essentielles fehlt, ich kann nur nicht ganz sagen was. Und ja, und daraufhin wird diese Bubble dann, also es ist immer diese Welt relativ schnell sehr eintönig, weil du eben relativ schnell in den Modus fällst. Eigentlich ist das, was ich anscheinend brauche, ja doch nicht hier zu finden. Und man will dann plötzlich irgendwie raus aus dieser Welt. Und das war das Ziel, was ich immer wollte. Ich wollte raus aus dieser Welt, ich wollte was Neues sehen, ich wollte neue Sachen erfahren, ich wollte Gott auf eine neue Weise erleben. Und deswegen habe ich dann versucht anzufangen aus diesem Zimmer rauszubrechen, nach und nach. Und dann bist du draußen und das ist ein übel krasses Gefühl. Und plötzlich bist du wieder drin. Du weißt nicht warum, aber plötzlich bist du wieder drin in deinem Zimmer und das Ganze beginnt wieder von vorne. Und wie gesagt, das Wichtige, essentiell Wichtige, was dir fehlt, ist immer noch nicht da. Ja, und ich bin dann halt in so einen Modus verfallen, wo ich halt dachte, okay, da muss ich halt dranbleiben, da muss ich mich wirklich hinsetzen und mir selber und Gott beweisen, dass ich es schaffe, dran zu bleiben, jeden Tag aufs Neue und dass ich es schaffe, durchzustarten, jeden Tag neu, egal wann und wie es mir geht und das immer und immer wieder. Und man nimmt sich dann einfach vor, ich gehe da jetzt raus, bin am Start und sehe jetzt alles mit ganz anderen Augen, aber das geht leider nicht. Das geht nicht für uns Menschen und beziehungsweise geht es schon. Es ist halt einfach absolut nicht einfach. Es ist wirklich sehr schwer. Und dann habe ich meine Bibelstelle mitgebracht. Römer 7, Vers 15. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Und das sind ziemlich starke Wörter, die sich mir ziemlich doll in den Kopf reingebrannt haben, weil ich sehe mich da drin extrem doll wieder. Ich weiß, was ich eigentlich machen müsste. Ich weiß, wie ich eigentlich vorgehen müsste, um meinen Tag gut zu strukturieren, um alles zu schaffen, was ich schaffen will, beziehungsweise erschaffen muss. Aber dann verfalle ich immer wieder in diese Sachen, die ich gar nicht machen will. Und dann kommen wir Leute und machen mir Mut, den Tag so zu strukturieren, weil es wichtig ist und weil man so seine Ziele schafft und zufrieden ist und produktiv sein kann und so weiter. Und keine Ahnung, bei mir ist es dann so, dass ich dann in meiner Freizeit dann trotzdem nichts Besseres zu tun habe, als Cookie-Clicker zu spielen und das vier Stunden lang, weil ich nichts anderes mit mir anzufangen weiß. Aber das ist doch nicht das, was ich will. Das war nie das, was ich wollte. Es ist im Gegenteil, das ist eigentlich genau das, wovor ich mich eigentlich immer drücken wollte. Ich wollte nie so werden, ich fange nichts an, ich setze mich hin und komme nicht wirklich voran, weil ich halt nichts habe, wo ich in irgendeiner Art und Weise vorankommen kann. Und dann hatte ich mit Marc vor ein paar Tagen ein echt interessantes Gespräch und da ging es um Bibelstände im Römer, die sagen, dass wir durch den Glauben gerecht sind. Und da würde ich gerne mal anfangen mit dem Römer 3, Vers 26. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben für Jesus lebt. Besser gesagt, diese Zusage wurde ihm nicht gegeben, weil er ein Gesetz besonders gut befolgt hat, sondern einfach, weil ihm aufgrund seines Glaubens seine Gerechtigkeit zugesprochen wurde. Das heißt, wir sind gerecht allein durch die Tatsache, dass wir glauben. Und das hat mich sehr stark zum Nachdenken gebracht. Und im Umkehrschluss hieß es für mich, ich muss gar nichts tun, um Gott was zu beweisen. Ich muss auch nichts tun, um mir was zu beweisen. Ich muss niemandem was beweisen. Darum geht es gar nicht. Und dann hat mich das zum weiteren Nachdenken gebracht und über die Sache mit dieser eigenen Welt verlassen und da rauszubrechen. Das Problem ist, das sollen wir gar nicht. Wir sollen aus unserer Welt gar nicht rausbrechen. Wir sollen außerhalb von unserem Leben Gott treffen. Ja, das stimmt schon, aber das sollen wir auch in unserem Leben. Wir sollen nicht nur zu bestimmten Anlässen Gott treffen. Wir sollen ihn nicht nur treffen, wenn wir in der Kirche sind oder wenn wir auf einer Rüstzeit sind oder im Konfirmandenunterricht oder was auch immer. Da sollen wir ihn zwar auch treffen, aber vor allem ist es wichtig, dass wir ihn in unserem Leben treffen und wir sollen Gott nicht finden außerhalb unserer Höhle, außerhalb unseres Zimmers. Wir sollen Gott in dieses Zimmer hineinlassen. Und warum sollte man denn ausbrechen aus einem Zimmer oder aus einer Wohnung oder einem Raum oder einer Babel und jemanden suchen, der die ganze Zeit schon da war und ja, wir sollen einfach Gott in unser Leben lassen. Das ist alles, was ich sagen soll. Wir sollen Gott in unser Leben lassen und das können wir immer wieder tun und das ist eine Sache, die müssen wir auch immer wieder tun, weil es sehr leicht vergessbar ist. Und wenn Gott in unser Leben kommt, dann erfüllt er uns und das ist genau, was er möchte. Er möchte uns erfüllen. Ich habe noch einen Psalm rausgesucht, das ist Psalm 36, Vers 10. Da steht, denn bei dir ist die Quelle des Lichts, in deinem Licht sehen wir das Licht. Also Gott möchte uns erfüllen und die einzigste Frage, die man jetzt noch stellen könnte, ist, Gott möchte dich füllen. Die Frage ist, bist du bereit dazu? Die Frage ist, bist du bereit dazu? Die Frage ist, bist du bereit dazu? Untertitelung des ZDF, 2020